Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Learn. In diesem Video geht es darum, wie man den Graph einer Funktion zeichnet. Und als Schwerpunkt oder im Zentrum steht da die Wertetabelle. Und ich habe hier mir einfach mal eine Funktion quasi ausgedacht. f von x und hier ist minus 2x plus 6x minus 5. Und jetzt kennen wir den Graph nicht, sollen ihn aber zeichnen. Also, wie kommen wir denn, ihn zeichnen zu können. Und da bietet sich eben eine Wertetabelle an. Das hier ist die Wertetabelle, sie ist schon ausgefüllt mit allen Werten, wie ihr das ausfüllt. Da kommen wir gleich zu. Ich will erst mal kurz erklären, man schreibt irgendwo eine dieser beiden Zeilen, egal ob oben oder unten. Also muss nicht so sein, wie ich es gemacht habe. Da trägt man die x-Werte ein. Ich habe sie jetzt hier unten gemacht. Und für die x-Werte sucht man sich Zahlen aus. Und in der Regel würde ich empfehlen, sie immer ganz zahlig zu nehmen. Und einen Bereich von 0 bis irgendwas zu wählen. Man passt das dann in einem zweiten Schritt immer noch an. Sobald man erst mal sieht, wie die Funktion überhaupt aussieht. Und deswegen habe ich jetzt minus 1 bis 7. Weil dann ist auch die Funktion genau in der Mitte. Also, da ist eine gewisse Symmetrie hinter. Also, meistens fängt man an von 0 bis 10, sage ich jetzt mal. Schreibt erst mal hin. Fängt an, den Graphen zu skizzieren. Stellt dann fest, das ist nicht so gut gelungen. Und macht das dann noch ein zweites Mal in schick, sage ich mal. Okay, also, wir brauchen x-Werte. Wir brauchen ganzzahlige Zahlen für die x-Werte. Und jetzt brauchen wir die passenden f von x-Werte. Und die müssen wir errechnen. Also, hier minus 12, minus 5, 0 und was da auch alles rauskommt. Die müssen wir errechnen. Und ist aber nicht so viel. Ich scrolle mal ein bisschen runter. Hier schon mal die ersten beiden. Also, Funktionswerte bestimmen. Wir setzen dann diese x-Werte, die wir uns ausgedacht haben. Ganzzahlig den Bereich, den wir quasi ausrechnen möchten. Den setzen wir uns einfach ein. Also, f von minus 1 zum Beispiel. Dieser hier. Rechnen das aus. Also, wir setzen hier eine minus 1 ein. Setzen an jede Stelle, wo ursprünglich ein x war, die minus 1 ein. Und rechnen das einfach nur aus. Minus, also erstmal minus 1 zum Quadrat ist 1. Und dann das minus wieder vorschreiben. 6 mal minus 1 ist minus 6 und minus 5. Und dann haben wir hier minus 12. Und dann seht ihr, minus 1 habe ich mir ausgesucht. Minus 12 habe ich errechnet. Und das muss ich jetzt für alle Werte machen. Nochmal ein Beispiel hier zu 0. 0 ist relativ einfach, weil wenn ich hier für jeden x-Werte eine 0 einsetze, bleibt mir so richtig viel über. 0 Quadrat ist 0. 6 mal 0 ist 0. Und minus 5 bleibt über. Also bei 0 habe ich minus 5. Und einen mache ich noch. Dann kommt hier gleich ein Punkt, Punkt, Punkt. Weiter habe ich nicht gemacht. Für 1. Also wenn ich eine 1 einsetze, dann setze ich für jedes x eine 1 ein. Und dann habe ich 1 zum Quadrat bleibt 1. Das minus davor wieder. Dann 6 mal 1 ist 6. Und minus 5. Und dann habe ich 1 plus 6 ist 5. Minus 5 ist die 0. Zu 1 gehört also die 0. Und diese Werte dieser Tabelle, die ich dann alle ausrechne, also wenn ihr alle ausrechnet, kommt ihr auf diese hier, sind dann quasi immer ein Punkt auf dem Funktionsgrafen. Also bei x1 hat der Punkt, den ich zeichne in der y-Koinde, hat er bei minus 12. Bei minus 1 hat er minus 12. Und bei 0 hat er minus 5. Und bei 1 hat er 0. Und bei 2 hat er Punkt 3. Das heißt, ich kann hier diese Einträge der Wertetabelle, wenn ich die aufgestellt habe, kann ich auch als Punkt interpretieren und sie einfach hinzeichnen. Also bei minus 1 haben wir ausgerechnet. Habe ich den Wert, ich gehe immer unter, minus 12. Da kann ich ein Kreuzchen hinmachen oder einen kleinen Punkt. Bei 0, ich gehe runter, habe ich minus 5. Bei 1 hatte ich 0. Diese 3 hatten wir ausgerechnet. Und das habe ich mal weiter gemacht für alle Punkte. Das steht jetzt da nicht mehr. Für 2 habe ich 3. Für 3 habe ich 4. Für 4 habe ich wieder 3. Und so weiter. Und jetzt seht ihr schon, das sieht stark nach einer Parabel aus. Und das ist auch klar, wir hatten eine quadratische Funktion. Und jetzt ist das, was ich meine, wenn ihr bei 0 angefangen hättet, bis 10, dann würde jetzt euer Bild hier anfangen. Und dieser Graph, der sich gleich da erstreckt, wäre nicht mittig. Also skizziert das am Anfang einmal am besten. Guckt erst mal, wie liegt der Graph. Und vielleicht brauche ich gar nicht bis 10, sondern so wie ich. Ich brauche eher was noch im Minusbereich. Dann was das schön in der Mitte ist. Dann macht ihr bitte Koordinatensystem vernünftig. x auf die x-Achse, f von x auf die f von x-Achse. Auf die y-Achse, wenn die Funktion auch wirklich f von x heißt. Und jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig, wenn wir das alles hier gemacht haben. Achso, vielleicht eins noch. Macht nicht irgendwie 2 oder 3. Ich weiß, das ist blöd, das für alles hier zu berechnen. Aber dann, ja, da wird ein bisschen krüppelig. Und manchmal sogar falsch. Weil man ja gar nicht manchmal so genau weiß, wie der so hier in dem Bereich sich verhält oder so. Okay, also ruhig ein paar mehr. 10, denke ich, ist eine ganz gute Zahl. Und das müssen wir nur noch zeichnen. Und das ist relativ einfach. Ach, ich mache hier mal so ein bisschen, dass wir im Graphen sehen. Ich verbinde jetzt einfach alle Punkte miteinander. Und bitte nicht immer geraden machen, sondern guckt so ein bisschen, dass ihr so leichte Krümmungen damit reinmacht. Also so ein bisschen Gefühl dafür. Es sind keine Geraden, die beiden Punkte verbinden. Man kann ja schon ein bisschen erahnen, wie der Graph nachher aussehen wird. Okay, muss natürlich nicht farblich sein, dass die hier ist hier nur der besseren Optik. Und wenn ich einen Graph gezeichnet habe, der hört natürlich erstmal unten bei 12 auf, weil ich nicht mehr Punkte habe. Aber meistens reicht das ja. Wenn ich den Graph der Funktion habe, kann ich natürlich weitere Punkte raussuchen, falls das die Aufgabe ist. Dann als letztes fehlt eigentlich nur noch, dass die Funktion heißt der f, dass man hier ein f dran schreibt. Das ist der Graph, die Funktion heißt f und das ist der Graph der Funktion f. Nicht f von x, bitte nur f. Ja, also ihr seht, Wertetabelle, ich scrolle nochmal ganz kurz hoch. Ist aufwendig, aber notwendig. Also wenn ihr einen Taschenrechner habt, kann man da auch abkürzen. Es gibt Taschenrechner, die können nicht den Funktionsgrafen plotten, aber Wertetabellen natürlich sehr gut plotten. Dann habt ihr hier ein bisschen weniger zu rechnen. Sonst müsst ihr euch das einmal durchrechnen, ist aber auch nicht so aufwendig. Ja, und dann Kreuze im Koordinatensystem machen und sie miteinander verbinden. Und dann habt ihr den Graph der Funktion. Und das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.